Jeder macht mal Fehler. Um menschliches Versagen steht eine der größten Bedrohungen für die Geschäftskontinuität dar. In ihrem Rechenzentrum kann so einiges schief gehen. Skrittfehler, vermasselte Upgrades, herausgezogene Kabel und der eine oder andere stellt sich einfach etwas ungeschickt an. Kein Wunder also, dass 75% der Ausfälle im Rechenzentrum auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. Deine Semantic Business Continuity Lösung sind die Stillstandszeiten bei solchen Ausfällen allerdings minimal. Und selbst wenn sich in ihrem Rechenzentrum ein Fehler in den nächsten reiht, können sie wie gehabt mit ihren Geschäften fortfahren.